Hallo und herzlich willkommen bei Red Talk Gamble. Ich bin heute wieder auf die Aten nach dem Ticket und heute habe ich Good Day is Prime Chaos Deutsch. Wir haben es ja gestern schon mal gespielt und wo waren wir stehen geblieben? Weiß ich gar nicht mehr. Ah das war der... Gibt es noch welche Charaktere? Also die gleichen Charaktere. Voll komisch. Auf der Server 187, 189, 189, 189... Chaos. Und da war ja der andere Charakter. Diese Frau auf Level 11. Dann werden wir heute jetzt auf 56 bin ich schon. Ich habe auch gestern gar nicht mehr weiter gespielt. Dann werden wir heute wieder die Tagesquest machen. Ich würde sagen bestimmt wieder bis auf die eine. Das eine ist bestimmt für die Tagesquest. Um 20 Uhr. 12 Uhr. Die können wir auch noch nicht mal machen. Spätestens das. Wo ist die Uhr? Hier war doch irgendwo eine Uhr, ne? Gleich sieben Uhr erst. Na Mist. Monatskarte. Monatskarte. Ich soll hier Geld ausgeben. Sprachnachricht senden. An den Kanal. Wie geht das da drauf? Ob das geht? Zulassen. Hallo? Ich glaube das Spiel ist abgestürzt. Fängt ja schon mal gut an. Fängt ja schon mal gut an. Ey mein Sound ist weg. Musik. Nochmal? Hallo? Also Musik ist auf jeden Fall. Musik. Hallo? ... Wo ist die Musik? Ich glaube ich werde es noch mal kurz neu starten, oder? Aber ich kann mir die Taskquests nicht ran. Einfordern, einfordern, geht noch nicht, ist eine andere Zeit, erst ab 12 Uhr bis 24 Uhr. Das ist super. Das ist auch kein Sound mehr. Das ist ja total kacke. Das ist ja total kacke. Nicht schlecht. Alles was ich jetzt gerade an dem Spiel bisschen doof finde ist, dass ich wirklich die Monatskarte abholen muss bei der Tagesquest. Monatskarte, Monatskartebelohnung beanspruchen. Monatskarte. Monat. Unserer. Monatskarte. Unserer. 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 ich drücke jetzt hier einfach mal alles durch weg ok jetzt schnell heilen nix zum heilen gefunden jippee ich habe 2 kills 4 mal gestorben und 3 mal gestorben achso in den anderen 3 mal wahrscheinlich an den ads verlassen voll gut noch gar nicht reingemacht ich kann meinen Charakter anschauen was haben wir da? Erfolge einfordern und wieder vor wie die Sachen einfordern was oh jetzt kann man sich nur 5 Sachen einfordern dann helden dann helden dann helden verzaubern und dann klappt 4 24 sterne 10 also ist die glaube ich am besten oder? würde ich sagen schmiede das müssen wir hier noch schmieden verstärken automatik immer auf die wache rauf schmiede da haben wir alles fertig schlacht laufen auf mein schönes Reit auf mein schönes Reit aber das verheilen geht was los jetzt du wirst du du wirst du wirst du du wirst wirst Lass den Turm kaputt machen. Nein! Ich bin dran. Warum das denn? 3-Win-Fix. 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 Nein, unser Turm befällt. Das kann doch nicht sein. 3-Win-Fix. 4-Win-Fix. 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 Das ist doch... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist bei den anderen, ah ja, ein Spiel, bis heute krieg ich die Truhe, ah, oh nein, oh nein, ich hab keine mehr, nein, okay, heute krieg ich doch nicht die Truhe, vielleicht den anderen Mal, okay, schauen wir mal hier rein, Herausforderung, okay, das ist der Weltball, keine Ahnung, wie heißt, wie sagt man, Weltball? Oh, du siehst mal wieder neu an. Nächste. Potifix oder Magier? Ich bin Magier. Oh, ein Lama. Langsam. Hey, den kenn ich, das war der Boss von Westland, außer Instanz, hab er zwei Mal kaputt gemacht. Was haben wir hier noch? Die Bodenstange, okay, die Weltball, die Bodenstange, aber da steht noch, dass ich hier was machen kann. Was kriege ich denn hier? Das ist doch, das heißt, zurücksetzen. Abzug. Ach, das war das, okay. Was machst du noch was hier? Neb. Nächste. Na, schon wieder. Ich glaube, das war gestern auch ein roter Punkt, aber ich konnte nichts machen. Oder der meint wirklich hier die drei einmal durchspielen. Ich weiß. Und hier, was haben wir hier, Wildnis, betreten. Die Frühlingsgöttin, Eden, die macht ja auch gar nichts, die steht nur da. Oh, schöne Tiger. Ja. Leider sind die Kästen tot. Aber kommen bestimmt noch welche. Ach, wusste ich doch. Wusste ich doch. Oh, wieder spiel, äh, spiel, spinnen. Spielnen. Oh. Nice. Nice. Luki, Luki. Okay. Und zum nächsten Gehen. Einfordern. 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 59. Einfordern. Die. Aufsch. Einfordern. Einfordern. Die. ưngst du. Ja, ich weiß. Die. Nein, wir können. Die. In pratiken. Doch wieder da... Schnell, rennen, die wird schon angegriffen, die erste Welle. Die zweite Welle. Oh, Wölfe. Das sind aber kleine Wölfe. Spinnen dann sogar größer. Und die letzte Welle. Ich glaube, das haben wir gerade mal so geschaffen. Greifen. Erhalten. Okay. Einfordern. Erhalten. Oh. Jetzt vielleicht. Ich habe 40 Sekunden Zeit dort zu sein. Ich habe 40 Sekunden Zeit, die in der Mitte. Da ist sie, die heilige Mutter Maria, der erste Täter, was ist das, ah das ist der Boss wieder, aus der eigenen Instanzen, naja zumindest sieht er so aus, er ist es wahrscheinlich nicht, weil er viel zu leichter Gegner jetzt gerade gewollt war, Komplinen, und die letzte vierte Welle, die heilige Mutter hat schon 93, 92 Leben verloren, äh, hat nur noch 92 Leben, 8 Leben verloren, so, ist das schwer, 91 Leben noch, immer noch 91 Leben, fertig, greifen, erhalten, nehmen, einfordern, einfordern, ok, ok, gut aus, schmiedeln, versterben, kann, automatisch, gut aus, aber alles verstärkt mich nur ein, hier haben wir noch, haben alle drei gemacht, und das geht von 9 bis 2 Uhr, hm, braucht nicht meine Zeit, hm, ich hab noch nicht genug Geld, ich bin eine arme Sau, haha, ich bin eine arme Sau, haha, ich bin ein Der Ritter, Berufung, Hand des Todes, der Gott des Todes, ein Vorteil, 2019, ja. Was ist das hier, der endlich funktioniert, ja ok, Ausgaben wollen wir es doppelte Erhaltung. Und was haben wir hier, hier, ah da, einfach, da, 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 da. Ein I-Racket wiederum, nochmal draufhauen. Ein Vordern, schauen wir mal hier bei täglich. Da gibt es nicht. Sofort dieses Abschließen. Ok. Ah. Warum geht das? Äh, was sollte ich machen? Alter Austausch. Ok. Gehen. Alter Austausch, wir nehmen. Da fangen wir ein, sieben, sieben. Ich hab hier noch genug. Da fangen wir ein, also nehmen wir den auch. Und, aktualisieren, das ist ja der Austausch dann. Da hab ich das gestern nicht gemacht mit Schnellbeenden. Was muss ich machen? Ruhmesladen. Ich bin jetzt in Ruhmesladen. Aber was soll ich hier machen? Ok. Das kaufen. Einkaufen. Geöffnet. Ok. Reicht das? Ausrüstungspotizierung. Oh. Hm. Das haben wir gestern auch schon mal gemacht. Fertig. Jawohl. Kaufausdauer. 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 Da. Ich möchte nur eine Menge Ausdauer kaufen. Statt ja nicht wie viel. Oh. Eier öffnen. Hab auch schon gemacht. Arena. Jo, das machen wir doch. Ich hab 35.000 Stärke. Dann machen wir den hier. Ach. Die sind alle. Stärke. Haben wir den hier. Ach. Muss ich wirklich künzen. Mh. 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 Sagen wir ja. Ich musste grad. Ich musste grad. Ach super. So langsam reagiert. 35 35. 40 40 40. gegen den habe ich verloren komm ich möchte nochmal eine revanche gleich stand er mich und dann bin ich gefesselt da musste ich automatisch allein da jetzt sein habe ich wieder besiegt fiederlich fiederlich nehmen wir jetzt die hier mal ich kann nicht mehr meine dailies abschließend kaufe energie ok wir kaufen eine energie gut dann machen wir einen stadtbesuch das war's das war jetzt der stadtbesuch fertig eine dungeon die oberste da habe ich probleme schnell beitritt betreten und dann schauen wir erstmal zu hier ohne zu spielen ist schon irgendwie ein bisschen scheiße aber es ärgert mich dass ich gestern dir eine nicht mit schnell abschließend gedrückt habe mensch das ist ärgerlich aber aber jetzt weiß ich bescheid wer weiß wie lange ich werde es bestimmt wieder vergessen wenn ich das jetzt wieder paar wochen nicht spielen werde wie wir ja gesehen haben habe ich das schon viermal gespielt mit gestern fünfmal mit heute sechsmal weil ich ja die frau einmal auf elf hatte dann hatte ich den mann auf vier verschiedene server den gleichen aber den mann hatte ich ja auf 48 und das vielleicht auch nicht mit einmal gespielt haben weil ich finde die levin bisschen langsamer also am anfang war wahrscheinlich schnell levin weiß ich nicht mehr ja danach wird es ein bisschen dauern und ja ich bin heute jetzt so 64 vor allem war ich noch sag ich wohl 58 deswegen denke ich mal dass ich da mindestens viermal gespielt habe also vorgestern fünfmal äh gestern fünfmal heute sechsmal vor mit heute sechsmal gespielt habe ein fordern tägliche quest fertig ah also monatskarte kaufen wir und sprachnachricht geht nicht kaufen wir auch jetzt habe ich alles fertig gemacht wie komme ich jetzt da hin ah das ist bestimmt nur wenn du vip pass hast dann kriegst du denk ich mal nochmal drei questen mehr oder zwei und mit den questen kannst du die hinterste truhe aufmachen die ist bestimmt richtig gut dann gehe ich mal von aus wenn jemand was anderes darüber weiß kann ich auch ein posten wenn jemand was anderes darüber weiß kommt vor jetzt ich kann alles hinter mir lassen Und die Frau mit den 10 Sternen ist doch viel besser. Ich sagte mal, schickst du auf Hades. Ich verstehe das nicht. Egal. Ich probiere über den das Feld hier einfach. Und schauen wir noch mal weiter. Tagesfest haben wir fertig gemacht. Auf Spiele-Modus haben wir jetzt nicht mehr gemacht. Hier noch wieder was. Und wir dürfen anbauen. Greif Automaten in das Spiel. Einfordern. Ich habe doch gewonnen. Ah, es ist sie hier. Highscore. Jo, super. Ich habe drei Münzen gekriegt. Spendebar, Martin. Löwen-Münzen. Meine Stimme verschwindet. Und. Herausforderung. Ach, das war hier der Gildenkampf. Gegner. Blablab. Das sind da eine super Waffe. Das sind da eine super Waffe. Wir haben ja schon wiedergeschlechter. Das sind da die große Waffe. Gehr. 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 Geh. Also am Computer geht es schon, das zu spielen sehr gut, aber man hat halt nicht alles, wie zum Beispiel mit der Sprachnachricht, das klappt ja nicht über Computer, das Handling ist immer ein bisschen anders, weil man hat am Computer eine Tastatur, nicht über ein Tablet oder Handy, die Finger, aber am Versuch hat es auch manchmal Vorteile, manche Spiele, bei den Spielen wüsste ich jetzt keine Vorteile. 10 Sekunden. Ich kriech den nicht da auf. Das war's. Oh, ich hab 8 Münzen. Ist das wie das mit dem Drachen ist? Nein, das ist Saiso. Das wollen wir nicht. Warte ganz. Haben wir gerade gemacht. Ich hab da gerade noch Münzen gekriegt. Was ist das? Hm. Und da? Ach, das haben wir gestern gar nicht gemacht. Ich hätte gestern die einfordern können. Und dann die. Also hab ich das Spiel mit denen schon zweimal gespielt. Die eine Frau dreimal, viermal, fünfmal. Ich hab nicht mehr gemacht. Ich hab das nicht mehr erlebt. Ich hab das nicht mehroured. Ich hab das nicht mehr championship gemacht. Scheiß, ich hab das nicht mehr Geld gemacht. tail socialism fleece Rad puede fangen eine Schuss, macht es nicht mehr schwer. Plündern Ok Kombinieren Nice Plündern Apfel Ok Plündern Ok Plündern Ok Ok Nochmal Ok Kombinieren Keine Ahnung was das zu bedeuten hat Ich mach es einfach Plündern Ok Plündern Ok Plündern Plündern Ok Kombinieren Und Flagge Ok Kombinieren Ok Kommen wir zu dem rüber Nochmal Ok 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 Nochmal Ok Ich muss ihn auf nochmal drücken oder? Ok Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Plündern Egal Aber der leuchtet doch noch Kaufen Ok 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 gut, gut, gut dann war das fertig, glaub ich ich brauch doch hier noch ein paar Münze schade jo, das war's uns heute hier nochmal oh noch nicht ganz, ich muss doch einmal kurz kein Treffer Bonus, Bonus, Bonus kein Treffer hier zwei, drei und hier ok 50 Punkte oh hier kein Bonus hier Bonus oh das ist doch nice ja was muss ich hier machen ach, auswählen schiebung betrug ich habe ich habe gewonnen ich habe das gesehen naja egal das war's ich darf nochmal oh oh level up du hast ein Versuch ah ok Hammer den brauche ich nicht den auch nicht ich habe und Triller Pfeife ist immer gut und ein paar Blaubeeren ja, Blaubeeren das ist das EP Frucht und das gut drei pf ok ich möchte nochmal 20 Ich glaube ich mache das lieber nicht mehr. Gut, dann haben wir das jetzt hier. Was ist denn hier jetzt? Einfordern. Weitschen. Wettstreit haben wir nichts mehr. Jetzt haben wir noch die Instanzen. Zwei Versuche noch. Hier ein und da zwei jeweils. Aber... Nee. Aber hier noch was. Helden. Aufsteigen. Level aufsteigen. Welches Level hast du jetzt? Steuers hinzufügen. Speisen. 39. Hallah, die Weitfee. Das ist eigentlich mein jetziger Kämpfer. Aber der ist auch stärker wie die. Warum? Die ist Level 39. Und hat 20 Sterne. Erben. 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 Aufstellen. Auswechseln. Ausrüsten. OK. Endo Held. Und der hat gar keinen. Und der hat gar keinen. Egal. Das war so. Der hat ein Pferd. Was bedeutet das Pferd? Auswechseln. Ah, ok. Auswechseln. Weißer Witter. Ah, das ist der weißer Witter. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Ach. Noch einmal ein Boss. Geh nix. Was muss ich da machen? Details. Götte. 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 Und hier. Die macht jetzt die Mondkette. Und du. Und du. ja ok, das ist mal so, passt schon, irgendwie so, 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 hier weiß ich nicht was ich machen muss, ich hab hier eine Frau, das geht nicht mehr, das geht nur einmal am Tag, die Herausforderung, Platz 1 bin ich, da gibt es auch nicht viele bei mir, daher, ok, ok, machen wir das mal weg hier, und das Alva geht noch einmal kurz rum, nochmal, nee, 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 gut, hier haben wir noch Spielmodus, erstmal verließe, ok, haben wir alles abgeschossen, der blinkt nochmal, der blinkt immer noch, kann man mal so, ok, jetzt nicht mehr, gut, alles fertig gemacht, ich hoffe ihr hattet viel Spaß, äh, ich muss erst noch mein Ticket abholen, und das weg, und, verlassen, blum, 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 so, dann recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, bis dann wünsche ich euch viel Spaß, und auf Wiedersehen, ciao, ciao.